Na gut, dann können wir wieder arbeiten gehen jetzt so. Oh, ich habe hier ein bisschen Holz reingebracht. Ja, ja, ich muss erst mal das von vorne noch weg machen. Oh, ich habe Hunger. Ich habe noch was zu essen hier. So, weiter geht's. So, ich habe hier eine Lampe hängen geblieben. So, wie er da am Klappern ist mit seinem Teller, ne. Wer meinst du? Dich. Ich habe nicht mal was zu essen, ich armes Kind. Aber Mensch jetzt hast du Holz. Toll. Kannst du das? Wie ein Biber oder was? Oder ein Holzwurm. Weiß ich es. Hm. Oh, ich habe Hunger. Ich muss noch was essen. So, nichts mehr. Aber die kleine Nacht. Na, Gott sei Dank. Und? So. So. La 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 la. Ich hab dir jemand zum Essen mitgebracht. Das ist sehr lieb von dir. Oh. Lecker Fuß. Wo ist der Arm hin? Ah, drunter liegt er. So. So. Da geht hier irgendwo noch sein Kopf. Guck mal, sagst du. Merci. Ne? Hm. So. Na. Dann hab ich noch die zwei Dings hier. Und dann muss ich erstmal ein bisschen was aufhängen. Du musst dann schlafen? Ja, ich will nur noch schnell mein Bein aufhängen. Also nicht meine, sondern die von Robert. Der arme Robert. Ich weiß nicht, du hast es ja mitgebracht. War das der Robert? Ne, das war der Robert. Ach so. Ja, dann halt die von Roberts Kumpel. Ja. So. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du hast Durst, du hast Tumor. Ja, ehrlich, nur am Jammern der Typ, ne? So. Dann essen wir das. Einen Fuß. Und einen Arm. Oh. Hast du das Wasser alle gemacht? Ja, das alle, ja. Au. Ich bin da die Tür hängen geblieben. Ich dachte. Das ist überall fast tolle. Also nicht mehr. Nicht mehr allzu viel drin. Hm. Haben wir hier noch Baumstimme sehen? Ne. Ne, oder? Und guck mal, unser neuer. Und der Baum wächst wieder. Na, der wird ja auch nicht größer noch. Doch, der wird doch größer, klar. Ich schon. Na, dann lass schon mal stehen. Oder? Ist das nicht der? Ne, das ist nicht der von dem wir das gemacht haben, oder? Doch, aber der ist halt klein. Naja. Doof. Da unten liegt Robert. Mensch, Robert, komm doch ran hier auf den Meter. Musst du nicht so schüchtern sein. Komm, ich zerhack dich. So, Robert. Legst dich einmal hier hin. Ah, das ist das Bein. Und das ist das Bein. Und das ist das Bein. Und dann brauche ich noch deine Arme. Naja. Nix verkommen lassen hier, ne? Robert. So. Und der Rest klatsch mal aufs Feuer. Oh, Robert. Lieb sein. So. So. So ist es ein K invitier?! Der Daghulord hat mir geschrieben bei Discord... Kann ich aber jetzt gerade nicht lesen, weil ich ja mitten in der Aufnahme bin. Ich muss jetzt erstmal den Rohrbott aufhängen. Kleinen Schweißbären. Ich muss jetzt aufhören. Na. Okay. Ja. Sie haben Holz bestellt. Mhm. Da ist mir Holz vertrete. Oh Gott, was kommt jetzt hier? Oh, ich hab mich festgebacken. Oh, da fettlos! Ich hab mich festgebacken, Sachse. Sachse? Der Fett ist da, ja. Ja, ich hab mich festgebacken, ich kann nicht weg. Geht doch! Ähm. Äh. Scheiße. Ich muss kurz auslocken. Ja. Lädst du mich dann nochmal ein? Hallo? Ja, ich guck grad, wie ich dich einladen kann auch so. Vielleicht kann ich dir einfach nachtscheinen, weiß ich nicht. Ah ja. Ähm. Weiterspielen. Wir haben auch heute großen Besuch. Ja, ich bin grad, ich hab mich unter der Treppe festgebackt. Wo hast du nur solche Sachen? Ich hing... Ich hing im Boden. Ja. Okay. Äh. Komische Dinge geschehen. Jetzt kurz hier rüber gucken jetzt. Nein, jetzt ist ein Tag verloren gegangen. Bei mir. Oh. Oh, ist das nervig. Ist der Klopsi immer noch da? Ja, das sind drei Stück. Was ist denn? Hier bei mir. Mach du mal, ich bau da weit weiter. Nein, ich komm gleich helfen. Hey komm, kannst du weg bleiben. Hä? Warum komm ich denn mit der Treppe? Habe ich irgendwie ein Problem hier grad? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Sachs ist. Also ich höre sie trampeln, aber ich sehe sie nicht. Ja. Ja. Ach, die sind draußen? Ach so. Brennt! Die Gründlichen sind vergiftet Oh, ein paar Babys Ich hab keinen Alkohol mehr Ich auch nicht Ja, aber gut Ok, dann nehm ich noch einen Aber wie viele Babys sind denn das hier? Ganz viele Köpfe für dich Babys Die schreien so niedlich Niedlich würde ich das jetzt nicht nennen, aber ok Timmy hat auch so geschrien, wo ich schon damals durch die Candy getreten habe Kann die Lady mal stehen bleiben? Jut, jetzt muss ich mal kurz gucken Ich hab nämlich glaube ich Oh, ich hab schon wieder den Bug Welchen Bug? Wir müssen das Spiel neu starten Also ich muss es neu starten, ich kann das Inventar nicht öffnen Okay, ich würde einmal schnell speichern gehen Oh Du müsstest dann bitte auch speichern Sonst ist ja wieder alles weg Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier Wenschen kleines bisschen nicht sehen Nervig Dann machen wir nämlich eine kurze Aufnahmepause Dann kann ich mir nämlich noch einen Kaffee machen Wenigstens Gut Dann mach ich eine kurze Aufnahmepause Und dann sehen wir uns gleich wieder Ok, machen wir es so Bis gleich 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 Bis gleich